So, bevor das Video beginnt, noch ganz kurz. Ihr seht schon, ich habe mir einen zweiten Account erstellt, um Arena zu spielen, weil am Anfang sind ja die Gegner jetzt nicht wirklich die Besten. Die sind mega schlecht am Anfang und da kann man gut Kills machen. Creator Code Arena fände ich vergessen, falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt. Und ja, los geht's. Oh, die lila ne Pump. Ah, fuck. Um, easy. So, blauer Air. Hier ist auf jeden Fall irgendwo einer. Ja, da ist ganz unten. Nice. Ja, da ist noch einer. Alter, wie schlecht die die Gegner sind. Die hätten nichts gecheckt. Nein. Fuck. Nice. So, da vorne sind aber noch mehr irgendwo. Hä? Fandst du eine? 200. Okay, das könnte auf jeden Fall eine gute 20er werden. Ich muss jetzt nur noch Gegner finden. Oh, Klammer. So, am besten gehe ich mal... Richtung Boot Lake. Ja, da vorne. Noch von woanders, oder? Da haben sich die Minis aber gelohnt. So. Was macht der denn? Alter, das macht der so Bock. Du hast die Gegner zu spielen. Hä? Ah, doch, hier ist einer. Nein! Mit seinem Hund. Oh, was geht's? Ich glaube, der hat sich das Spiel erst heute geholt. Jetzt habe ich gar kein Holz mehr. Ah, da ganz hinten oben ist jemand. So, da ganz hinten campt einer. So, jetzt der andere. Nice. So, schnell weiter. Ah, da kommt der andere. So. 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 so 20 kills auch endlich mal geschafft geht euch nicht nein Okay, 22 Ah, hinten ist jemand Der landet im Baum Oh, schwarzer Ritter sogar So, 23 So, komm her Dicker Was macht der? Hä, bin ich in Season 1? Der ist tot Komm, den letzten noch Trickshotten Oh, ich hab nur noch einen Hängegleiter 26 Kills Fast 30 Kills Fast 30 Kills Vielen Dank.